Hey! Chee-Sty? Chee-Sty? Was? Da! Auf die Bande! Zwei von drei sind tot! Aber wir werden... Was soll ich tun? Was? Ich gehöre doch zur Bande! Komm zurück Leute, Trouble in Terrace Town. Heute mit Julia, Jay, Early, AgiP, Krebs, Horchi, Bramme, Nefi, Grants, Good Gaming, Dados, Goro und Kapuze. Hallo! Darf ich eine Disco-Version haben? Ich bin ganz unten, in der letzten Strecke. Oha Kapuze, das war ein krasser Move von dir. Wie gut ist die Intervention? Die Intervention ist wie ein normales Sniper. Ich bin tot Kapuze, ich darf nicht mehr reden. Ja das stimmt, das stimmt. Disco bei euch, lauf Horchi! Habe ich gegessen. Du kriegst meinen auch? Du kriegst meinen auch? Was ist denn? Dados und Goro, Dados und Goro, Dados und Goro, Dados und Goro, Dados und Goro. Einer von beiden ist es. Du kriegst meinen auch. Kannst du damit umgehen? Dados und Goro, Dados und Goro sollen sich duellieren. Bei Sonnenaufgang. Ich will ein feines Duell sehen. Die sind beide in die Ecke gelaufen. Oh ich werd von hoch geboostet, du auch Grants. Ich hab keine Unzi geworfen. Dann hat er ein Gefühl. J-Wo bist du hingelaufen? Wurdest du beim Auge und Goro geboostet? Ich kenn ja die geheimen, geheimsten Geheimnisse. Kapuze was machst du da? Dados und Goro, ich glaub schon. Okay, dann nimm dir den Ars mit. Spring hinterher, spring! Jetzt kann ich ihn holen. Spring hinterher Kapuze. Alter. 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 Ich glaub die hat Crabs mit dem Wurf ab. Was ist die losgehocken? Horsi schießt. 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 Alter, es geht ab. Bleib mal locker, Leute. Hey. Ich stürz ab. Grants, du hast es noch gesehen. Wer war's jetzt? Wer war Dalu Dalu? Nein, der hat hier gerade einen T-N-Gertöten. Der hat den T-N-Gertöten hier. Ich hab den T-N-Gertöten gerade gewandelt. Hallo, ich hab Early gekillt und er war Traitor. Hallo, Jay. Wir haben den Traitor gekillt, der hier oben liegt. Ja, wollt grad sagen. Ja, aber die hat gerade... Ich bin hochgekommen, da ist gerade hier AGP gestorben. Ja, der... Das war Early. Das war Dalu. Nein, Early hat ihn gekillt und ich hab Early gekillt. Hier ist Early. Wieso ist denn? Early war schon tot. Nein. Nein. Bram ist jetzt auch. Hier, über dir. Komm her, bleib stehen. Ich will nicht machen. Mach den R-Scan bitte, Nils. Ja, ich hab den R-Scan. Ich habe keinen. Meinen hat... Dankeschön. What? Das ist ne heilige... Ja, vielen Dank, Nils. Einmal spielst du... WAAAH! Das war richtig knapp, Alter. Sorry. Kapuze, Alter. Keine Discos auf dem Dach. Das ist so... Oh, was... Das ist doch cool. Ich glaub auch, dass es Stalu ist. Ich hab doch... Ey, das wollte ich doch wahr. Also, ich hab keine DNA-Seite, aber auch, dass hier Stalu-Maker gezeigt wurde. Und das aktualisiert sich leider nicht. Wieso ist denn da gerade der gewanschottet worden? Ja, weil es Stalu war. Jay. Nein. Komm, schieß einfach Jay. Alter, Goro ist es. Jay, Goro ist es. Der will uns hier gegeneinander aufhetzen. Arsch. Arsch. Du weißt, dass ich es nicht bin. Ich weiß nicht, dass... Ich glaub, wir einfach müssen sich... Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, Dalu ist. DALU! Du Sau! Du hast jetzt nicht ich getötet, du kleine Pisser. Ich habe doch nicht geschossen. Du kleiner Bin bei Goro. Ich bin doch mein Goro. Egal! Ich habe gerade Schaden bekommen. Jetzt Nefi war das. Ja, ich habe ihn doch gerade gefunden. Ey, Goro, ich bin doch bei dir gewesen. Ah, ist er! So! Ach, Jay! Ohne Spaß! Warum? Von Bram. Bram ist es dann. Nein, ich bin ja nicht. Ich habe nur auf den allgemeinen... Auf den allgemeinen Kunst. Ja, genau. So, ich habe die Spider-Man... Ich habe die Spider-Man-Gun vom Detective aufgehoben. Cool. Ihr Penner. Ey, Greidensheim, ich war mal da. Ne, du bist Traitor. Ich bin nicht Traitor. Echt? Unser Detective sagt, du bist Traitor. Alles klar. Wenn unser Detective sagt... Ich habe nur gesagt, was der Detective sagt. Bram ist Traitor. Ich habe nur das getan, was Greidens gesagt hat. Ich habe nicht gesagt, schieß ihn ab! Hab ihn! Hab ihn! Oh, Greps, da wohne eine Granate! Wer war das denn jetzt schon? Von oben. Sag ich doch, dass Daluk hat Traitor. Ich kam gerade runter. Wie viel ist das, oder? Nee! Ich habe die Silence von Traitor. Aber wie... Das war kein Glück. Ja, keine Ahnung. Kann auch von unten gekommen sein. Ich habe nur gesehen, dass da auf einmal eine Granate lag. Ich habe die Silence von Daluk. Da passt ja. Aber warum musst du Jay sterben? Weil... Weil Greidens gesagt hat, er ist Traitor. Ah, es ist ein... Es ist... Es ist... Dalu ist doch schon tot! Wart, ich habe nichts gemacht, Julia! Dadosch! Ja, weil ich die Spider-Gun vom Detektiv habe. Die kann Traitor nicht kaufen. Guck mal, einer noch. Wer ist es? Wir haben keinen Detektiv mehr. Boah, ich kenn's. Was ist da schon wieder passiert, ey? Ey, warte, 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 warte. Wer lebt da noch? Das glaube ich zwar nicht. Julia Nephi-Bram und Krabs. Aber Krabs ist es nicht. Kann der? Ich bin auch nicht. Ich habe auch einen Traitor weggemacht. Okay, Nephi-Julian, könnte ich ganz kurz erwähnen, ja? Was? Jetzt... Also, kann jetzt... Kann der Traitor die Spider-Gun kaufen? Nein, kann er nicht. Das kann nur der Detektiv. Oh, Julia. Oh, shit. Oh, shit. Da wird's gar keinen Blödsinn machen, gell? So. Julia, Nephi, go, go. Wo ist mich? Ich bin nervös. Nephi... 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 Wo hast du das Ding her? Ach, das hast du aber dem... Detektiv, ja? Wer scoutet war? Wer glaubt mir dann nicht? Ich, weil Nephi jetzt hier rumfliegt und gerade Julia gekillt hat. Echt? Ja. Nein! Doch. Der hat den PHP-Flopper nämlich. Das ist Bullshit. Komm, rute da! Ist er... ist er... ist er tot? Warte! Ja. Ja. Bin tot. Los, mach! Warte! Warte, 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 Warte! Warte! Warte, Warte, Warte. What the fuck? Ich hab doch gesagt, Dalu ist es. Ey, warte, ist er aufs Nichts geschossen. Vom nächste Mal werd ich einfach random killen. Ist mir jetzt scheißegal. Ich sag's doch. Ich mach jetzt einfach Dalu. Du, euer Hezer, du. Euer Hezer, du. Euer Hezer, Dalu. Ich hab ihm auch gewonnen, Schotte den einen. Aber ich konnte es ja nicht zugeben. Egal, ich bin jetzt da. Der wurde gewonken und das war Dalu. Nee, nee, nee. Dalu hätt's so schön. Und dann kommt Brambi entgegen und der zögert ja mal gar nicht. Ja, natürlich nicht. Warum sollte man ja noch zögern? Ja, ich bin auch vorsichtiger, was ich sage. Wenn der Detective das sagt, dann muss ich doch davon ausgehen, dass das richtig ist. Gut, dass Anne heute nicht da ist. Oh, aber Julia mit der Spider-Man Spider-Man. 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 Da hab ich dich echt nicht angelogen. Das kann echt der Detective kaufen. Mit der Spider-Man. Den Grappler kann der Traitor kaufen, aber die andere nicht. Spider-Man. Early wollte mich runter schützen. Ich glaub Jay ist es. Wo bist du Spacko? Ich mach dich. Alter! Ich brenne! Das war Goro. Goro. Goro war's. Alter, ich hab nur noch 98 Helf. Ich hab nur noch 47 Helf. Danke Goro. Also Goro ist es oder was? Goro hat mich auf 47 Helf geschossen. Detective Befehl. Weiß halt die Schnauze. Goro ist es? Goro ist es? Goro hat mich auf 47 geschossen. Goro ist es? Ja! Alter! Der geht weg von Goro! Goro das war's. Alter! Wer hat den Köln? Tut mir leid! Early hat mich auf 2 Helfen geschossen. Early hat mich auf 2 Helfen geschossen. Early ist Traitor. Ich mach jetzt Goro. Ich hab Goro getötet. Goro war Traitor. Ja, hab ich doch gesagt. Damit bin ich confirmed. Ich hab Goro. Alter! Nein! Oh, da ist er runtergefallen. Da fallen sie alle! Julia, es regnet Leute. Jay war auch ein Traitor. Alter! Was ist hier los? Er hat gerade ein Gami getötet. Oh! Warte mal, wie viele Leute leben denn jetzt? Hä, er hat doch heute Gami getötet. Was? Grabs, hilf mir! Bram hat Gami getötet. Ich hab doch Goro verraten, Early. Ja, er wirst tötet. Bram chillt hier. Na, 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 na. Ob du gerade aus dem Gap Ring rauskommst? Nein! Hallo? Guck mal! Insie! Lass ihn doch mal hängen. Der hängt doch ein bisschen ab. Ich muss dem Bram gleich mal erklären, was er gemacht hat. Ich verstand. Das ist echt ne Insie. Hau ab, ey! Na ja! Na ja! Schöne Granate, die du da geworfen hast. Ich habe nicht eine Granate geschmissen in diese Runde. Die Granate, Early ist schon wieder. Oh, oh, ist er dumm. Uah! Entschärft! 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 Wow! Hier ist ein Brandbein! Vorher kommt! Du hast sie doch geschossen! Ja, Early ist der letzte, der überbleibt. Eigentlich ist es noch zwei. Wir haben noch zwei. Wir leben ja aber nur noch fünf, Leute. Early muss es sein. Wie? Wir kämpfen. Ich leb auch noch. Oh Gott, Julia! Oh nein! Nefias gibt zu, dass er lebt. Er ist in uns. Echt? Du lebst noch? Ja, ich bleib hier. Ah, Dardosch! Dardosch? Ah, guck mal, wo ich bin. Ja, es ist Dardosch. Da ist er! Hier oben im Lüftungsschacht. Ich hab's gar nicht. Guck mal hier an der Seite. 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 Hab ihn! Ich hab Dardosch! Ich hab Dardosch auch! 2 HP! Confirm! Warte, da ist Feuer! Ich kann nicht durch! Nefi ist es auch frei zum Abschuss! Küsse ist es Feuer! Wenn das Feuer weg ist! Agapi! Ja? Bleib weg von den anderen bitte! Runter! Runter Agapi! Runter Agapi! Was willst du von mir? Geh runter! Von wo runter? Von der Fläche hier! Nö! Nur hier lebst du noch? Ja, mit 2 HP! Wie bist du da unten hingekommen? Ich bin jetzt einfach runtergefallen! Nein, ich hab mit auf Dardosch geschossen! Erli war dabei! Da hinten! Kapuze! Oh Gott! Ich wusste, dass Kapuze es ist! Ja, macht mich der Detective einfach mal random weg! Du hast was jetzt erschossen! Ja, aber ich hab gesagt, warum? Warum? Dann ist das natürlich alles begründet! Du hast mich nicht mal erklären lassen! Ja, aber du siehst ja den Unterschied zwischen einer Plasma und einer Disco, wenn sie geworfen wird! Ich hab keine Plasma geworfen! Ja, wenn du einfach schießt, dann denk ich, du bist Traitor! Ah, dann schmeißt Erli einfach die Plasma dafür Muster kassieren! Ich wollte die auch nur schmeißen! Doch, Ibrahim, du hast es nicht gemeint! Einfach random bist du hier weggewickt! Du hast auch einen random gekillt! Das ist gar schon schlimmere Situation! Ich hatte auch einen Grund! Ich hatte einen echten Grund! Ich find das gut, dass Bram weggemacht wird! Das ist Liebe! Da ist Horschi, Leute! Da war Julia! Buff! Du musst echt aufpassen, dass du hier nicht... Oh, ich hab da schon mein Freund Opferchen gefunden! Was? Was ist mit Bram? Ach, ey! Man hat's grad auf dich geschlafen! Hast du ne Preparing Brand geworfen? Oh nein! Oh nein! Ey, das ist... Ferti Insider! Ey! Early war das! Ne, das war Ding Insider! Wer ist denn das da? Das war Early! AGP! Boah! Hoferlach! Guck mal, hier brennen wir mal! Ei! Ich häng hier im Schaft! Early und Kapuzen böse! Dardoschka war das, meine ich! Dardoschka! Dardoschka! Ne, hier sind mir viel zu viele Leute ohne Scheibe! Was ist das? Nein, Bram lügt! Ich werde auch ne Disco, Leute! Vorsicht, lauf! Ich werde auch ne Disco! Ich werde einfach hier unten bleiben, dann kann mir nix passieren mit Discos! Okay! Das tut mir leid! AHHHHH! Von mir war die Partner! Da seht ihr? Seht ihr? Da ist schon einer untergefallen! Wir haben mehrere Tote zu verzeichnen! Deswegen... Alter! Alter! Ein Traitor ist tot! Ich hab Go getötet! Was ist das denn? Ich hab Go getötetet! Ja, hier ist genau BKTV, hebt die Taube auf! Äh Craps, genau, du bist da.. Ich bin eine Taube! Ich hab... Ich kann ihn nicht auf heben! Ich hab den Orbital Friendship von ihm schon! Kein Friendship, bitte Leute! Das ist zu krass! Immer noch! Keine Friendship! Dann kannst du schon mitnehmen! Was denn du schlechtest? In Songs-Bahn-Ramps spielen! Ohne Spaß, Grenz, ja? Ohne Spaß, du mieser Mixer! Du hast mir eine von die Fresse! Ich bin hier runtergefallen, ich stand Millimeter an der Kante, ich bin auch runtergefallen. Du hast es gesehen, oder? Wir sind doch alle hier getroffen worden, ich war doch auch auf der Plattform. Ich bin hier reingeflogen, du naseweiß. Da, du ist es. Alter Jay, ne? Ey, AGB, das hat Jay gesagt. Wie groß ist denn die Chance, dass das wahr ist? Ich meine aber das AGB. Dafür alleine sollte ich dich machen. Da ist noch den A dran, 30 Sekunden lang. Jay, Jay, Alter, geh weg. Ohne Scheiß. Nein, du bist hier echt gut mit der Shotgun unterwegs. Hier, friss die Disco. Okay. Da ist noch den A dran bei Albus. Die ist runtergefallen, scheiße. Komm, ich bin doch eh gleich über den Shot. Nein, ich schieß doch nicht so. Ich stelle die Diengel in der Hand. Ja, weil ich keine andere Waffe habe. Ja, will ich jetzt auch sagen. Ja, will ich jetzt auch sagen. Bei mir. Oh Gott, Taube ist gefährlich. Lass die Taube da liegen. Jay war im Shop, ich glaube mir die Taube. Ich will die auf Dalu werfen. Jay war glaube ich im Shop, oder? Ich will auch im Taube werfen. Ja, definitiv. Ja, Jay war im Shop. Ist nicht mehr da. Die spawnen in der Luft. Keine Ahnung. Agape ist irgendwie so mörderisch. Du musst das Geräusch machen, Jay. Jalla jalla und so, ne? Ähm. Ja, Dalu hat ja genug geschrien, das reicht ja. Jaja. What the? Dalu ist tot. Er macht den Horst mit Jay. Wie war, weil Jay gerade explodiert ist? Dali, Julia hat gejallert. Ne, Julia hat gejallert? Ja, sieht ihr aus. Nein, 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 nein. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ach Dalu, ja. Wie er sich freut. Wie er sich freut. Okay. Wenn es jetzt noch Carlos Track wäre, wäre ich glücklich, Mann. So, jetzt bleiben nur noch. Aber das ist Krabs, kann das nicht sein. Hä? Der ist dann nicht hier. Jetzt bleiben nur noch Agape und Dardosch. Agape, Dardosch, 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 Dardosch. Nee. Jay ist es dann oder Agape. Ich hab ihn auf Dardosch geschossen. Ich hab auf Ali, äh, Dardosch geschossen. Ich mein, das ist Dardosch, der hat am Anfang nämlich auch eine Disco hier hochgeworfen. Ich war das. Ich hätte dich fast runtergeworfen. Nein, das war ganz am Anfang. Ich glaube, es ist Agape oder Jay. Nein. Nein, das war die nicht. Das war später. Nein. Sei einfach nicht so erpicht auf mich. Wieso sagt der Jay nichts mehr die ganze Zeit? Sagst du doch. Oder? Jay? Jay? War der Smoke. Reusi hat doch Jay erschossen jetzt, oder? Noch nicht. Oder Jay ist Traitor? Ich glaube, Agape ist es immer noch. Ich bin es. Ich hab Dardosch, Dardosch. Wenn ihr Jay seht, dann halt ihn ab. Das ist irgendwer, der sich verwandelt hat. Houston, wir haben ein Problem. Stimmt, hast alle erschossen. Gutes Argument eigentlich. Ja. Würde ich auch mal meinen. Dardosch, Dardosch. Hast du das gemacht, Dardosch, Dardosch? Ja, der ist noch da. Ich hab geguckt, was er hat. Ja. Darf ich noch? Darf ich noch? Du hast Erdpunkte rausgenommen. Bestimmt. Was für... Hä? Ja oder nein? Wer hat Punkte rausgenommen? Denk mal Dardosch. Ich schieß dann auf Agape. Darf ich noch nicht mehr schießen? Also wenn... Wer soll's jetzt sein? Die drei, die da unten sind. Du erlebt euch. Dardosch hat zuerst geschossen. Wow! Dardosch hat zuerst geschossen, das exakt. Wow! Nein, hör auf, Early! Aber er ist schon tot. Moment, ist Agape nicht. Agape ist tot. Agape ist tot, ja. Mist. Nehmen wir mir, mein Freund. Nefias, wo kommst du denn her? Ja, ich hab's gesehen, da ist leider wegen Julia gestorben. Der ist so ne Eis, Nefi. Die Taktiv ABP macht gar keinen Sound, oder was? Ne, es gibt ne ABP von Taktiv und ne Taktiv. Ich schmeiß ne Grenz, ne Insta-Taric vor die Füße. Ja, ich mach den weg und ohne dass ich den überhaupt erst mal hier angekommen Ich hab die nur gedroppt. Ja, ich war das aber. Ich hab die nur gedroppt. Ich hab die nur gedroppt. Dardosch war ja Tracer gewesen. Dardosch war ja Tracer gewesen. Wart ne Runde. Ey, Jay will mich immer abschießen, wenn ich Traitor bin, ey. Du recht. Wer hat's nicht gekillt? Ja, was soll, warte? Das war wieder total cool. Wegen Jay muss ich dann immer irgendwann zu schießen, weil ich hab's einfach abdrückt. Wer hat's ja die Disco gewoppt, die mich und Goro getötet hat? Was? Na, ich hab die erste gewoppt. Kannst du doch im Chat nachlesen. Aua, wir wirften immer die Brand auf mich. Ja, auf mich auch. Ich auch. Anne war's. Anne war's. Anne war's. Ich wollte gerade einkaufen. Jay ist Traitor, Leute. Er hat zugegeben. Die Spider-Männer. Jay hat gerade gesagt, dass er Traitor ist. Und gerade im Shop, was die Kau... Alter, was ist denn? Wie tippt mir ange... Ey, hier Horchi, Horchi ist es! Dardoschka schief, Dardoschka schief! Wo ist der hingeflogen? Sorry, Jay. Alter, was war das für eine Aktion? Nee, vielleicht ist da unten eine Scheiße. So, wer liegt hier? Alter. Wieso ist Jay gestorben? Was hast du gemacht da? Ich hab nur gesagt, Jay hat gerade zugegeben, dass er Traitor ist. Und dann muss ich ihn wer erschossen haben. Hallo, Jay war Traitor. Dann bin ich doch Innere. Guck mal, Jay, nicht mal den Kampf hast du gewonnen. Warum kam ich denn wieder mit nach? Die Lieder mit uns? Also, Jay... Ich glaube, ihr habt gerade eine Reaktion vor in letzter Zeit. Alter, ich hab grad... Ey, krass, ich hab 652k, Mann. Hey, ich kenne ihn doch nur da auf! Early ist es, Leute! Early! Warum ich schon wieder? Au! Au! Ich glaube, es ist Early. Also, sag mal... Das ist Bram, er ist Triggerhand. Bram, warst du das? Hast du mich gerade angeschossen? Wenn er schaut gleich... Ja, genau. Ich hab auch die Bombe abgekriegt. Ach so, okay. Hallo? Nefias? Das Feuer... Wo schießt den rauf, Junge? Wieso gibt's den nicht runter? Oh, ich werd angeschnitiert, weil du kaputt bist. Ich werd angeschnitiert, weil das könnte Nefias gewesen sein. Ja, Nefias ist das. Ja, Nefias ist das. Oh shit, Junge! Der macht mich! Nein, hab ihn, hab ihn. Nur die Sniper lieber auf die Distanz. So. Bramon. Er ist tot. Jawoll. Ja, dann bin ich ja beproven. Ja. Bist du. Als was? Also, wer war's jetzt? Nussens. Hallo. Tschüss. Kann man fragen. Hast du nicht gerade gerufen? Aua! Ich werd immer noch angesnipert von Craps. Nein. Hier unten liegt ne Leiche. Ja, ich weiß. Da kommt man nicht mehr ran. Der ist leider weg. Wer ist jetzt mit Dadoschka? Also, ich werd wieder weiter angesnipert. Early Boy ist es! Man wurde... Early Boy ist im Schwank. Den kann ich von hier... Von der Seite hier, konnte ich den gerade sehen. Da ist gerade jemand gestorben. Ne, da hat euch nicht da. Ach so, okay. Ja, ich seh, Early Boy. Darf ich ihn tüten? Komm, da zieht der leichte E. In den Tag, der versquadet tot. Welche Etage denn? Ist der Early Boy? Mittlere war es gerade eh noch. Also, beim Fernseher oder was? Hier ist er grad ein Abfall gemacht. Einer Early! Goro, Goro war. Goro ist tot. Tschüss, Goro. Wo soll er denn sein, der Early? Den konnte ich vorhin da in der Mitte sehen. War das grad Early? Gut. Ich komm grad runter, ich komm grad runter. Ja, aber es gibt ja noch einen. Ich hab'n Beatsch, nie gehört. Das war aber grad ne AWP. Oh, Bram ist auch tot. Das ist natürlich doof. Jo. Kapuze, genau. Wo willst du denn bitteschön hin? Kapuze, ist das noch? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Hast du Kapuze an Early? An, Nils, bist du dick. Wo ist denn... Wo ist denn DNA-Scan an, Nils? Ah, liegt. Täusch mich nicht. Ach, Craps, wo bist du hin? Wie hält ihr denn alle? Wie hält ihr denn alle? Wie hält ihr denn alle? Okay, es ist Julia. Wieso suchst du jetzt Craps? Weil ich Craps geliebt hab. Jetzt der Tod. Weißt du bist jetzt, oder was? Kapuze lebt noch, okay. Ah, dammit! Und rechts auch noch, ja, super. Wo ist Julia? Nice Early, richtig nice. Was heißt denn richtig nice? Das war eine wunderschöne Runde. Ey, Bram, aber das war geil, wie er im Regal die Waffen jongliert hat. 638 Punkte haste. Sniper, Pistole, wechselt da die Waffen durch und schießt alle ein. Schau mal Scheiße. Ich bin einfach schon wieder gestorben, ohne dass ich was getan hab. Du hast doch angekündigt, dass du's bist. Du hast doch angekündigt, dass du's bist. Ich hab überhaupt nichts gesehen. Ich hab nichts angekündigt. Bescheid ist. Ich hab gesagt, ich mach dich. Das kündige ich jetzt auch wieder an. Und damit bin ich nicht Traitor, Mann. Hey Traitor, Traitor zum Abschuss. Grenz, Grenz, Grenz. Er will mich, Leute, er will mich töten. Wenn ich Detective werde, ist er frei zum Abschuss. Okay. Nein, nein, Quatsch. Ich weiß, ich weiß. Ich bin Detective, er frei zum Abschuss. Okay. Hey, ich töte dich jetzt zum Traitor Abschuss. Am Arsch! Hey, rastet raus. Jay geht in Rage. Jay, lebst du noch? Ja, Mann. Weil Horchi auf dich geschossen hat. Ich hab dein Leben geschossen. Horchi, wir fliegen nach oben. Komm, Horchi. Ich bin nach oben, ja. Ich bin zu fett. Ich bin nach oben. Ich bin zu fett. Ich bin zu fett. Go, Run. Nimm diese Brandgranate mit. Nein! Weg mit dir! Weg mit dir! Jetzt wird egal. Aber bitte lass dich, Traitor. Nein! Nein! Der meinte! Aua! 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 Oh, die rastet raus. Hinter mir auch einer. Hinter mir Olli. Ah! Da hat er rausgekommen. Kapuze? Wieso hast du hier jemanden erschossen? Ja, weil der Dings hat grad irgendwie mit dem Lüftungsschach gekillt. Was macht die? Aua! Da bin ich. Wo ist er? Wieso macht ihr es denn Traitor? Ja, wieso hast du ihn hier umgebracht? Blut. Wie viel Mann hängen wir hier oben mit an der Dicke? Ja, ja, genau. Horchi hat ihn Horchi umgebracht. Ja, weil er hat auf irgendwie... Oder? Bram ist der in der Windows-Stand. Das steht schon bei mir, ey. Aber Horchi war inno. Ja, aber alles war inno. Ja, aber alles war inno. Was glaubt ihr denn da, dass der Lüftungsschach kommt? Ich komme grad nicht runter. Tschüss, Bram, ich bin weg. Ja, so jetzt. Oh Gott, das ist doch ne Leiche, Leute. Nein, Goro. Ich will hier aus diesem Luftstrahl raus, sonst dreh ich richtig tot. Häng fest. Wieso kommt man denn nicht mehr nach unten in dem Scheiß-Ding? Oh, ich wurde angesniperrt! Angesniperrt von Goro. Oh, ich bin tot! Cool, da hinten liegt er. Jetzt musst du vom Schrank gehen. Geh mal kurz. Die Dinte fein. Das war... Ich schieße gerade hier oben. Und? Ich hab mir nen Namen, ich schieße ihn. Ich bin den... Oh, okay, nevermind. Dann bist du halt auch runter. Dann kriegen wir schnell. Silent Sniper! Unter uns. Muss die sein. Silent AWP! Oh mein Gott, ich bin geschossen! Ja, Silent Sniper von unten. Irgendwo unten im Schwank. Aber man kommt in den Scheiß-Lüftungsschacht nicht mehr runter. Ich hab grad Good Gaming getötet und Good Gaming war Traitor. Achso. Die Leiche liegt hier. Da. Uh. Huh. Bramsache! Vorsichtig! Wenn du noch ein bisschen mehr verlegst, fliegst du raus. Dann wirst du automatisch gekommen vom Server. Ich stell das gerade luz. Ah! Grämsch. Der Bramenschutz! Doof! Ey, wer ist? Das ist grad irgendwie gestorben? Mhm. Hab ich auch gehört. Juhlchen, ich verfolg dich. Hat ein Bord in der Hand. Gut gemacht. AGP lebst du noch? Nein, hab ich schon gekillt. Nur noch Craps. Hol ihn dir doch. Der ist doch genau neben dir. Sehr gut. Warte, Kapuze, ey. Jay, was war da los? Warte, dafür stirbst du jetzt. Was war da los, Jay? Weiß ich auch nicht, was da los ist. Ich meine, ich hatte so Zuckungen in meinem linken Finger. In meinem rechten Zeigefinger. Das war ein Kampf, glaube ich. Da musste ich zweimal linksklicken. Hab ich blöderweise nicht angeguckt. Das tut mir total leid. Ich hätte gern gesehen, was passiert wäre, wenn ich dich dann noch gekillt hätte. An Bram war ich glaube ich. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich gekauft hatte. Ich war, das war Fake. Jetzt fühle ich mich wieder total... Ausgeglichen. Ich hab doch gesagt, du stirbst. Kommt ja noch ne Runde. Jetzt ist alles wieder gut. Nein! Dann können wir den Fade in 10 Sekunden länger stellen. Komm, wir laufen mal Dardos hinterher. Na? Oh, der Orschi ist direkt Detektiv. Heute hast du Detektiv als Einziger an? Alter! Ey, hört mal auf! Moment, Moment! Nein! Dardosch hat dir wen getötet! Dardosch war das! Er schießt auf mich einfach! Ja, er schießt auf uns! Dardosch? Wer? Dardosch? Na, wir haben ihn! Ich hab ihn, ich hab ihn! Der Jay hast du gehört. Jay. Was war das denn für ne Aktion? Aber damit sind schon mal drei Leute safe. Ja, Goro, Gwenz und Nephi sind safe. Goro heil mich mal. Ne, wir reden von welcher dritten Person? Muss ein Doppelgänger sein? So, hier. Warte, vielleicht hat er nichts gekauft. Nils, warum schmeißt du ihn? Hä? Ist er bis hierhin noch gerannt? Das ist Bram. Bram ist mein Freund. Leute, was machen wir jetzt? Du bist nicht safe. Wir sollten ne Bande gründen. Ich weiß, aber ich will trotzdem dein Freund. Wir sollten ne Gang machen. Oder ne Gang. Also, wenn ich dich machen wollen würde, Bram, Nenn mir sie G&G. Ja, du könntest ihn doch mal Nils machen. Das war ne Smoke. Ich wollt ne Disco. Wir sind beide so scheiße, wenn wir uns nicht gegenseit kaputt machen können. Deswegen müssen wir unsere Power zusammen... Okay, Kapuze, komm. Mein Gott! AGP ist es! Was schmeißt der da? AGP wollte uns mit der Disco killen, als wir hochkamen, Kapuze. G&G. Oh, Flame auf uns gewonnen. Ey, Nilsi! Komm mit! Nilsi! Warum hast du das gemacht, AGP? Ja, ich truste dir aber gerade nicht so viel. Julian, wir sind ne Bande. Wir würden mich grad irgendwie wohler fühlen, wenn meine Schrotkugel in deinem Kopf fangen würden. Wir sind also diese Trio, ey! Wir sind also diese Trio, ey! Hä? G&G. 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 Da! Auf die Bande! Zwei von drei sind tot. Aber wir werden... Wir werden... Was darf ich tun? Was? Gehör doch zur Bande! Juiab! Wollen wir gucken? Der ist jetzt gestorben, der ist ja neben uns umgek... AAAAAAHHHHH! HEI, DU warst nicht? Aus der ganzen Gruppe habe ich mir einen rausgesucht. Ja und den hast du nicht getroffen, ș... Und den hab ich getroffen, ey! Achso, schade. Der J, Vendetta! Nein, ich gehöre zu der Bundle. Aber Dalu ist es vielleicht. Ich bin es nicht! Klar bist du gut. Sicher bist du gut. Jetzt bist du gut. Jetzt bist du gut. Du hast mitgeholfen. Siehst du, ich bin es nicht. Ja, du hast mitgeholfen. Ja, ist ja gut. Oder du bist ein geiler Motherfucker. Nicht. Okay. Du musst kurz Selbstbefriedigung machen. Ja, als ich denn darf. Kaputt. Was ist ich machen? Nein, nein. Du bist ein geiler Motherfucker. Nein, nein, nein. Ich glaube, Dalu ist es wirklich. Ja, er ist tot. Ja, er ist tot. Ja, er ist tot. Ja, er war es. Auf Erli wurde gerade geschossen. Ey, Friendship Beam. Vorsicht, Erli. Friendship. Da ist ein Laser. Da ist ein Laser. Da ist ein Laser. Das ist der Friendship. Ich wusste es. Der ging... Ah! Und, 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 Dings, Disco, oder wie heißt das, wenn man unsichtbar wird? Das war gerade auch, habe ich gehört. Äh, Crap! Holy moly, da ist der Leiche runtergeflogen. Erli? Du schießt mit sich in den Rücken, oder? Nein, sonst würde ich doch nie tun. Komm zurück Kapuze, mach so einfach. Äh, siehst du, siehst du, siehst du gut. Ey, du! Erli ist es! Ah, du Monster! Ah, da vor mir! Nein! Tschüss! Ah! Nein! What the fuck, ey? Noch erwischt. Oh, ich habe ein HP. Okay. Das ist ja blöd. Äh, ist er alle tot? Ja, du bist der Letzte. Nein, ne, ne, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Lebt noch jemand. Gute. Wo bist du? Jo, ruhig. Oh! Uuuh! In den Fuß! Da! Ey! Was war der Schlingel? Weg! Der Ninja! Stop it, das ist nicht notwendig für einen Mann mit so viel HP. Aber wo bist du denn? Geh mal in die Mitte. Ja, ich kann in die Mitte, weil das scheiß Ding nicht funktioniert. Nee, du kannst ja hüpfen, der Flopper-Ding ist ja. Au! Was hast du für eine Waffe, da du diesen Sprung überlebt hast? Hey, Flopper. Was? Das ist dieses lila, das hat so ein Nuklearzeichen. Was macht er? Mir nur das Ding. Kein Fallschaden und kein Explosionsschaden mehr. Ja, genau, richtig. Du kriegst keinen Explosionsschaden und auch keinen Fallschaden. Macht's gut, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.